Wie lange hält meine Stimme durch? Wie weit wir uns daran noch an und alles erinnern können? Wir, also ich natürlich, der es hier euch vorlabert und natürlich auch gerne ihr in den Kommentaren, die gerne nochmal euren Senf zur Saison beitragen könnt. Was ich mir jetzt überlegt habe, was ich auch noch mache, ich habe ein Papier vor mir. Ich schreibe mir aber manchen Spielen auf, wo man vielleicht quasi irgendwie, du verlierst es ganz knapp, da hättest du einen Punkt mitnehmen können. Dann schreibe ich mir eine Plus Eins auf. Mal gucken, ob ich am Ende dann irgendwie auf ein anderes Halbendergebnis komme von hätte Fahrradkette quasi. Natürlich auch Spiele, wo du dann irgendwie, ja, eigentlich 0-0 spielen müsstest, das irgendwie noch hingewirkt hast mit dem 1-0. Dann kannst du auch hinschreiben, ja, zwei Punkte weniger. Also normalerweise kannst du auch Unentschieden spielen. Mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie auf besondere Ergebnisse komme. Aber damit ich das nochmal so als Extraeffekt hier mit reinnehmen kann. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt die Saison durch. Starten rein mit Rostock gegen Stuttgart. Pokal 1-0 weitergekommen. Würde ich lügen, wenn ich da irgendwas zu wüsste, gefühlt. Also, ja, Silas mit dem 1-0 war ein Abstauber. Ja, sonst war das ja nichts Besonderes. Hauptsache den Fluch beendet oder den Fluch weiterhin beendet. Da haben wir schon das Jahr davor auch gegen Rostock gewonnen, das Jahr davor verloren. Also wir wissen, gegen wen wir nächstes Jahr in der ersten Runde im Pokal wieder antreten dürfen, glaube ich. Ja, kein besonderes Spiel, aber weitergekommen im Pokal. Dann fangen wir an. Bundesliga-Start Heimpleite. Erstes Spieltag 2-3 gegen Freiburg. Dass ich auch da mit Fans, muss man gucken, ob es hier irgendwo drin steht. Genau, 8000 Fans steht hier drin in der Kicker-Analyse. Ja, das ist das erste Spiel, wo ich hier direkt schon mal eine Plus-1 hinschreibe, weil du bei dem Spiel zu 100% mindestens einen Punkt verdient gehabt hättest. Ja, war natürlich ein Scheiß-Start. Du fliegst nach 48 Minuten 3-0 hinten. Kurs nach der Halbzeit fällt es 3-0. Ja, danach kommst du aber nochmal richtig gut zurück. Und da hat sich so ein Angebahnt, so der Spirit aus dem Team, das nicht aufgeben. Und die Einstellung vom Team kamen da schon raus am Anfang. Kalajcic mit einem schönen Lupfer zum 1-3. Ist hier da schön durchgesteckt worden von Endo. Und dann macht das 2-3 am Ende nochmal Pech gehabt, dass das Ding nicht mehr rein wollte. Die eine oder andere Entscheidung. Wie gesagt, da schreibe ich die Plus-1 auf, weil du da problemlos hättest einen Punkt mitnehmen können. Hättest wahrscheinlich auch einen Punkt verdient gehabt. Interessant mal zu sehen von der Startelf. Ich gucke es ja jetzt mal hier diesmal als eine immer an. Kobel, Anton, Kaminski, Kempf. Massimo, Endo, Mangala, Silas, Castro, Didavi, Klimovic. Und damit sind wir reingegangen in unser erstes Bundesliga-Spiel nach dem Wiederaufstieg. Ist auch ganz interessant. Wir gehen weiter. Mainz, da war dann das Glück, weil da hatte ich auch schon im Kopf. Also wenn du wirklich beide Spielträge am Anfang verlierst, wäre Kacke. Vor allem aus einer unglücklichen Niederlage gegen Freiburg. Hast du nicht getan. Du hast noch 4-1 gewonnen gegen die Mainzer. Ja, top Auswärtsspiel. Top Auswärtsspiel gemacht. Trotzdem, wie es üblich ist, sind Mainz für uns irgendwann dumm hinten geliegen. Obwohl wir besser waren durch Mateta noch. Und dann mit der Halbzeit pfiffen. Richtig schönes, sauberes Tor. Lange Ecke von Silas. Und dann nach der Halbzeit haben wir aufgedreht die Davids 2-1. Dann auch natürlich Gelb-Rot für Nia KT. Sehe ich hier dann Klimovic mit seinem Bundesliga-Tor. Schon am Keeper vorbeigegangen. Traumhaft. Kalajdzic kriegt noch sein Tor aufgeregt zum 4-1. Und was ich gar nicht mehr im Kopf hatte, Stenzel hat sich eine gelb-rote Karte gefangen. Das hatte ich mal gar nicht mehr im Kopf. Aber top Auswärtsspiel. Und grüne Trikots. Die grünen Glückstrikots. Hatten wir da auch an 4-1 gewonnen. Nächstes Spiel Leverkusen. 1-1. Ja, also ich weiß nicht. Ah. Bin ich da kurz davor, Minus 2 aufzuschreiben für mich? Ich weiß es nicht. Also Leverkusen war da schon nicht ganz verkehrt. Hatten schon dicke Chancen. Aber so komplett unverdient war glaube ich das, ja, war es glaube ich nicht. Das 1-1 am Ende des Tages. Ich halte mich hier noch zurück und schreibe keine Minus 2 auf. Ja, wie gesagt, Leverkusen mit deutlich mehr Chancen. Hat auch Kobeldorf ein paar Dinger schön rausgeholt. Abwehrleistung. Und dann eben wunderschön. Weil auch Zuschauer im Stadion. Ich ja auch bei Freiburg und bei Leverkusen. Ich sehe jetzt hier nicht genau die Zahl auf den ersten Blick. Müssten aber ein paar mehr gewesen sein. Ich tippe mal irgendwie 9.000 oder so waren es glaube ich. Da dürften ein bisschen mehr reingekonnt sein in dem Spiel. Ja, Kalajic mit dem 1-1. Nach der Szene, wo in Bellarabi doch schon hätte mit Rot vom Platz fliegen können. Mit der Massimo-Aktion. Und dann direkt Karma. Direkt nach dem Freistoß fällt es 1-1. War auch sehr, sehr nice. Ja, nimmt man mit den Punkt gegen Leverkusen. Dann Auswärtssieg bei Berlin. Hier auch schon gesehen. Ein großes Ding unserer Saison. Ein großer Anteil unserer Saison. Ständig irgendwelche Rekorde umgedreht. Ständig irgendwelche Statistiken umgedreht. Auch Mainz hat man hier vorhin am Start. Mit dem ersten Auswärtssieg in Mainz seit, was weiß ich, 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren oder sowas waren es glaube ich da. Hier steht es auch im Titel drin für Berlin. Seit 2013 war es der erste Sieg bei der Hertha. Ja, also ja, krass. Kempf mit der, hat die Führung eingenickt. Kastrom im Fernschuss 2-0. Da kam auch von Berlin nicht viel. Berlin, ja, in der gesamten Saison wirklich schwierig gewesen. Ging in Ordnung der Sieg. Ja, stark. Vor allem eben bei dem Kader von Berlin. Auch von der Prognose her ging ich davon aus, die könnten ja wirklich einstellig landen. Vielleicht sogar Europa. Aber ja, war kein guter Start von Berlin. Auch insgesamt keine gute Saison von Berlin natürlich. Hier fangen wir an. 1-1 gegen, oder machen wir weiter. Was für fangen wir an? Wir machen weiter. Köln. Ja, 1-1 gegen Köln zu Hause. Getroffen nach einer Minute. Mangala. Ja, dann 1-1. Und dann war das wirklich ein kompletter langweilendes Spiel, glaube ich. Da haben wir den ersten Stream-Rekord aufgestellt. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht, wie viel das war. Ich glaube, 174 Zuschauer oder sowas. Das war der erste Stream-Rekord, was Zuschauer angeht. In der Saison hatten wir ja auch sogar die Möglichkeit. Haben wir es ja auch nach einer Minute dann schon so vom Stand her gewesen, dass man sich irgendwie, glaube ich, kurz für ein paar Sekunden, glaube ich, erster war oder zumindest zweiter. Oder auf jeden Fall sehr, sehr weit oben am Start war. Und dann halt, ja, eins der ärgerlichen Spieler. Keine Ahnung. Köln zu Hause nach der Saison, wenn man eben am Ende auch draufguckt, nach der Saison nicht nötig, gegen Köln zu Hause nur unschieden zu spielen. Aber es war wirklich nachgelassen in dem Spiel. Nichts Besonderes mehr gewesen. 1-1. Ja, ging in Ordnung. Danach Schalke auch ärgerlich, wenn man natürlich am Ende draufguckt. Sehr, sehr ärgerlich. Die Schalker ein 1-1-Gold auf Schalke. Ähm, Tiao, sogar die Führung geköpft. González später auf Meter verwandelt. Und auch da, ja, brauche ich auch keine Zahlen aufzuschreiben, vorwegen plus, minus, weil es ging am Ende in Ordnung, ist 1-1. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, vor allem am Ende, wenn man eben drauf schaut, ein bisschen unnötig bei Schalke nur unschieden zu spielen, wenn man ehrlich ist. Aber ging in dem Spielverlauf, ging es, glaube ich, da auch in Ordnung. Ähm, da kann man auch noch nicht ganz absehen, dass Schalke wirklich so eine erbärmliche Saison spielt. Kann man noch nicht 100% absehen in dem Spiel. Ähm, nächstes Spiel auch ärgerlich. Wir hatten eben das Ding, hier steht auch drin, zwei unterschiedliche Hälften. Das hatten wir auch über die gesamte Saison, irgendwie ist ein bisschen so das Problem. Unsere zweiten Halbzeiten haben wir oft irgendwie ein bisschen nachgelassen. Vor allem, wenn es eben in der ersten Halbzeit so gut lief. Ähm, du gehst mit 2-0 in Führung zur Halbzeit. Durch González und auch durch Castro nochmal. Und dann in der zweiten Hälfte fängst du erst 2 zu 2. Und am Ende muss ich mit dem Punkt, ja, ja, mit dem Punkt einfach auskommen. Weil, keine Ahnung, nach 2-0 Führung darfst du zu Hause auch gewinnen zur Halbzeit dann. Frankfurt, klar, Top-Saison gespielt. Deswegen auch sehr schön gewesen, dass du in der gesamten Saison, äh, gegen die Frankfurter, ähm, nicht verloren hast. In den beiden Spielen. Ähm, ja, keine Ahnung, weil es unnötig ist, fuck, wenn du 2-0 in die Halbzeit gehst. Ähm, die Wechsel kamen dann von Hütter in der Halbzeitpause. Die haben wahrscheinlich was geholfen gehabt. Die offensichtlichen Wechsel. Ja, keine Ahnung, war einfach ärgerlich. Hättest eigentlich sogar 3 Punkte mitnehmen können. Ich schreibe aber trotzdem keine, keine Punktzahlen auf. Ähm, dann Hoffenheim. Boah, das war auch ärgerlich. Also am Ende war es natürlich extrem, extrem glücklich. Weil letzte Minute Treffer kämpft. Äh, 94 sind wir mit 3 zu 3. Ähm, aber du warst in der ersten Halbzeit so unfassbar überlegen in Hoffenheim. So überlegen. Ähm, dann das typische Bild. Trotzdem fängst du dir das 1 zu 0. Ähm, González gleicht recht schnell danach aus mit einem super Solo. Ähm, Silas dann auch. Das war aus dem Spiel, wo sich dann González das erste Mal dick verletzt hat, meine ich. Ähm, ja. Das ist einfach wirklich, keine Ahnung. Dann wieder kurz nach der Halbzeit 2 zu 2 bekommen. 3 zu 2 Führung. Zweiter Halbzeit wird ein bisschen nachgelassen. Aber vor allem die erste Halbzeit war es so dermaßen gut. Und am Ende muss ich da trotzdem mit dem Punkt glücklich schätzt, der aber in Ordnung geht. Das war glaube ich eine dann doch, ja. Das muss, das muss, das muss, ne, den Lucky Punch haben wir uns verdient. Schon deswegen, weil wir in der ersten Halbzeit so dermaßen gut waren. Ähm, ja. Das nächste unglückliche Unentschieden nach dem Spiel gegen Frankfurt. Wir haben einige, einige Unentschieden gesammelt diese Saison. Ähm, dann Bayern. 3-1 Heimpleite gegen die Bayern. Ja, gehst in Führung durch Koulibaly, kriegst einen Ausgleich durch Coman und dann diese eine Szene, Tor annulliert von Philipp Förster. Ah, ja. Bayern-Bonus, wer weiß, aber, also das heißt wirklich nicht abpfeifen müssen, wo Koulibaly Neuer irgendwie gerade minimal irgendwie berührt hat und dann, ja, hebt er seinen Reklamierarm der Neuer schon irgendwie 15 Minuten im Vorlauf. Das war wirklich ganz anstrengend, sich sowas wieder anzugucken. Als wäre es irgendwie ein Trigger bei denen beim VAR, dass da, wenn der Neuer seinen Arm hebt, dann war irgendwas, dann müssen wir uns abpfeifen. Also, das ist so sinnlos. Da wäre es mit 2-1 in Führung gegangen, ähm, kriegst dann natürlich perfekter Zeitpunkt. 45, oder, 45. plus 1 kriegst du das 2-1 von Lewandowski. Ja, also, meine Güte, das war schon extrem, extrem ärgerlich. Dann noch kurz vor Schluss, du hast aufgemacht, hattest auch, ja, ein paar halbliebige Chancen noch, fängst jetzt 3-1 durch Douglas Costa, der auch gefühlt nur das Saisonspiel gemacht hat für die Bayern, also gar nicht, das hat es am Ende auch nicht mehr gesehen, den Kollegen. Ähm, ja, sehr unglücklich, will aber auch nicht so weit gehen, dass wir dann unten, also, klar, aus VfB-Sicht schon, aber am Ende des Tages hat die Bayern da schon okay gewonnen, aber aus unserer Fans Sicht hat man sich natürlich einen Unschieden erhofft, aber ich trage da jetzt in meiner Rechnerei hier quasi nix ein. Mal gucken, ob ich hier großartig noch mal was eintrage oder ob es einfach bei der plus 1 bleibt am Ende. Mal schauen. Ähm, Bremen, Stuttgart, die Silas-Aktion, wunderschön. Ähm, 2-1 gewonnen. Ähm, Silas mit dem Elfmeter in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, wirklich zäh Spiel. Du warst aber trotzdem ein tacken besser als die Bremer, weil ja damals habe ich auch mit Reniko geredet in dem, ähm, Video, in dem Vorbericht dazu quasi. Ja, war schon ein bisschen richtungsweise, ne, weil beide hatten quasi genau die gleiche Saison gespielt, ähm, beide, ja, irgendwie einen Platz getrennt, glaube ich, oder sowas. Da war wichtig, in welche Richtung geht's, für wen, das, also, da war auch nicht abzusehen, dass es für Bremen dann in Richtung 17 geht. Nie im Leben. Äh, aber für uns war dann schon, ja, schön zu sehen, dass du eben doch eher nach oben gespielt hast, als nach unten in der Saison, ähm, ja, Silas eben mit seiner Aktion kurz vor Schluss. Ja, Absprachefehler der Bremer, er nimmt sich den Ball und lässt sich halt Zeit und läuft das Ding quasi ins Tor rein. War schon frech, frech war auch, was danach mit ihm gemacht wurde, teilweise wie er beleidigt wurde oder was da irgendwie hochgehoben wurde mit Unsportlichkeit und schieß mich tot. So schlimm war es jetzt nicht. Ich glaube, aus VfB sieht das immer was anderes als aus Bremen Sicht zum Beispiel, aber das war schon eine lustige Aktion, legendäre Szene, wie er da hingeht, danach kackt noch ein Selke rum, macht sogar noch das 1-2 am Ende, das Selke, in der Nachspielzeit, was dann natürlich am Ende des Tages egal war für das Ergebnis. Ähm, ja, schön, einfach geil, einfach geil, dass Silas auftritt, man in dieses Bild, diese Sequenz, wo er da hinläuft, äh, Selke auf einmal den Sprint seines Lebens hinlegt, Merkel laufen in der einen Aktion, das ist im ganzen Spiel, traumhaft. Ähm, nächstes Spiel. Ja, die 1 plus mit Sternchen, die, glaube ich, so kein Mensch erwartet hätte. Du gewinnst bei Dortmund 5 zu 1. 5 zu 1. Zwei Aussichtspieler am Stück, sind mittlerweile am elften Spieltag angekommen, ein Drittel haben wir quasi. Ähm, 1 zu 5 in Dortmund. Unfassbar, Mann. Unfassbar. Vor allem, weil es eben einen ähnlichen Spielverlauf hatte, wie das Bayern-Spiel. Du spielst auch gegen einen Top-Klub, ähm, gehst in Führung, sehr schön, und fängst ja dann irgendwann doch unglücklich noch den Ausgleich. Schönes Tor von Reina warst, gehst mit einem 1-1 in die Pause, gegen Bayern warst ein 1-2, aber gehst mit einem 1-1 in die Pause und denkst dir so, ja gut, na scheiße, ja, na, doof, Ausgleich gefallen, jetzt wird Dortmund schon das Spiel irgendwie auch ähnlich, wie die Bayern irgendwie knapp runterspielen, runtergewinnen oder sowas. Ist aber halt nicht passiert, ne, es sieht aus wie ein 2-1 in der 53., Philipp Förster, 60. mit 1-3, hat da auch Platz, wie im Trainingsspiel. Ähm, Koulibaly, ja, schickt mal Mazzoumis eben kurz ins Karriereende mit dem Eintritt, lange Ecke. Da war er da wirklich richtig am Auftreten von Koulibaly. Das war seine Prime-Phase, so ein bisschen von Koulibaly. Am Ende war er noch, ja, doch schon deutlich ein Stückchen schwächer geworden. Ähm, es gab noch einen Anschlussshelfer, der annulliert wurde, äh, und dann González, auch nach Einwechslung, wie gesagt, nach Verletzungen zurückgekommen dann, die er sich gegen Hoffenheim geholt hat, ähm, ja, auf, 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 auf einen langen Weg geschickt worden, der Kollege, ähm, ähm, ist frischer Tempo, geht vorbei, macht das. 5-1 in Dortmund, unfassbar, 5-1 in Dortmund, traumhaft. Auch eine Szene, die gar nicht hier drin ist, weil es kein Tor ist, aber die einfach sensationell war. Schon ein paar Mal angeschaut auf der Zone nochmal in der Zusammenfassung danach, ähm, weil, ja, ist halt nicht zum Tor geführt, aber war sensationell rausgespielt. Ich weiß nicht, wer auf wen es war, aber es war quasi irgendwie Freistoß von Kempf, meine ich, und dann habe ich zwei Kontakte oder so, Doppelpass, zack, zack, ähm, ich glaube, äh, wer war es? Irgendwer lässt mit der Hacke durch, irgendwer schiebt den Ball mit der Hacke durch, dadurch ist Klimovic auf 16 Metern bis zu 11 Metern komplett frei vom Keeper und schiebt dann leider an den Innenpfosten und den Ball geht raus, aber das war überragend. Freistoß auf Höhe vom Mittelkreis oder so, Höhe vom Mittellinie da irgendwo, zwei, drei Kontakte, zwei, drei Kurzpässe, Barcelona-Stil mit der Hacke durchgegeben, BVB komplett hops genommen und dann leider halt nicht getroffen, ne, Innenpfosten, aber das war eine Sensationsszene. Und mit dem Spiel, man kann natürlich auch sagen, dass man vielleicht, ähm, dadurch ein bisschen auch dem BVB geholfen hat, ich weiß es nicht, äh, so erfolgreich war ja Terzic auch erst gegen Ende, ähm, aber nach dem Spiel war, wie gesagt, Schluss für Fafre. Äh, wurde rausgeschmissen danach und, äh, Terzic hat übernommen, mal gucken, vielleicht hat sich was gebracht in Dortmund dann, haben wir Champions League noch geholt, natürlich jetzt eine schwierige Frage, hätten sie Champions League auch mit Fafre geholt, keine Ahnung. So, dann ein Spiel, wo du, ah, wo ich fast kurz davor bin zu sagen, dass du hier fast eine Minus 2 eintragen kannst. Du kannst hier fast eine Minus 2 eintragen, mach ich das jetzt? Ist schwierig, ist schwierig. Komm, ich mach, ich mach quasi, äh, ja, ich mach quasi eine Minus 1, streich meine Plus 1 weg und nehm uns hier quasi irgendwie einen Punkt weg, weil zwei Punkte wegnehmen ist böse, ähm, ich nehm uns quasi den einen Punkt wieder weg, den ich uns bei Freiburg mehr gegeben hätte, dann sind wir wieder auf einer Null quasi raus gerade, äh, gerade, ähm, weil wir jetzt eben bei Union sind. 2-2 gegen Union gespielt, ähm, ja, die uns das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben. Nach vier Minuten ging es in die Führung, dann hat es, ja, unter der Woche war das Spiel, da lief nicht sonderlich viel, da war der BVB-Hype etwas vorbei, weil du hättest auch keine dicken Chancen, Union auch nicht unbedingt dicke Chancen. Mach dann in der 78. 77. das 2 zu 0, na, das ist ja schade, gut, das Ding ist vorbei und dann kommt eben die Kalajdzic-Aktion schlechthin. Einwechslung in der 80. Minute für Kempf, 85. Kopfball nach, auch eingewechselt, Clement, ähm, nach seiner Ecke, knickt ein und dann eben sensationell, auch technisch sensationelles Tor, ähm, 90. langer Ball, die Davia nimmt ihn runter, Dropkick, lange Ecke, Weltklasse, 2 zu 2 Ausgleich, deswegen, ich nehme ja immer diesen Punkt weg, weil, ja, das Unschieden, also da, da wäre es auch nicht schlimm gewesen oder nicht, nicht krass unfliegen gewesen, wenn es wirklich verloren hätte, also das kam wirklich so komplett out of nowhere am Ende von Kalajdzic. Da hat, glaube ich, keiner mehr groß gedacht, dass da noch irgendwas geht für uns. Komplett out of nowhere, deswegen haben wir den Punkt weggenommen, ähm, sind wieder quasi bei Null zurück. Wir machen weiter, ja, Wolfsburg auswärts, boah, meine Fresse, ey, das war so unnötig. Das ist auch ein Spiel, ja, da hättest du auch, das weiß ich noch, da hättest du auf jeden Fall einen Aufmeter kriegen müssen in der ersten Halbzeit, ähm, gegen Gonzalez, das war kein normaler Zweikampf mehr, ich glaube, Baku war es, das war kein normaler Bodycheck oder so, das war schon ein Foul. Gab's nicht, ähm, kann ich aber sonntags Spiel auch gefühlt nicht mehr erinnern. Das war auch, glaube ich, so ein Sonntagabendspiel, ähm, Precalo mit dem 1 zu 0. Danach wären mir jetzt auch nicht irgendwie großartig viele Chancen von uns eingefallen, die es irgendwie hergeben würden, dass, dass es unverdient war, dass du gegen Wolfsburg verloren hast. Ähm, nee, glaube ich nicht. Also ich bleibe hier auch bei quasi Null, also es ging, glaube ich, in Ordnung, dass du verloren hast. Ähm, wie gesagt, bin ich auch Vierter geworden, die Wolfsburger, oder Vierter, Dritter, Vierter. Ähm, ja, stark ist es auch der Wolfsburger, da halt nur vor allem Unglück, weil du eben in Führung hättest gehen können, weil du den Elf wiederbekommen hättest. So, Pokal, purer Langweiler aber gewonnen, 1 zu 0 gegen Freiburg, zweite Runde im Pokal, Kalajcic mit dem Treffer des Abends, ähm, ja, wie gesagt, wirklich kompletter Langweiler, hast du viel Zeit gerettet, hast 1 zu 0 gewonnen. Schönes Ding, war auch der Abend, wo dann meine Streams zurück waren, die waren ja nach dem Auswärtsspiel bei Bremen nicht da, oder dann halt nur auf Twitch da, also nicht auf YouTube da, wegen dem falschen Copyright-Strike, wie er am Ende dann auch rauskam, was ich von Beginn dann gesagt habe, was er sich am Ende dann auch bewahrheitet hat. Ähm, und der Stream war dann quasi der erste, wo sie zurückgingen zu den YouTube-Streams, wo sie den zurückgenommen haben, den Strike, und auch gleichzeitig, kurz vor Jahresende, das war, wann war das Spiel, steht ja nicht dran, war es der 23. Ja, 23. war es, einen Tag vor Weihnachten, ähm, auch die 1000 Abonnenten aufgefüllt. Also deswegen war es so ein bisschen ein spezielles Spiel, ähm, die 1000 Abonnenten geknackt waren, sehr, sehr geile Aktionen, Streams zurück, aber das Spiel an sich war jetzt absolut nichts Besonderes. Das danach, ja, das ist wirklich so der Klub, gegen den wir wirklich über 180 Minuten, also über beide Spiele, so ziemlich, würde ich fast sagen, so ziemlich am wenigsten Chancen hatten. RB Leipzig, also das Hinspiel 1 zu 0, ähm, verloren, das war auch, auch, also Kobler hat ja gegen Leipzig in beiden Spielen kranke Leistungen abgeliefert, das war auch eine Sensationsleistung, ähm, der Elfmeter da rausgeholt, mit, äh, mit, äh, mit dem Fuß quasi in Glatte abgewährt, sensationell, hast dann trotzdem am Ende noch das Tor kassiert, war auch verdient, und, also wirklich, gegen die hat man wirklich, weiß ich, ob keine Chance zu hochgegriffen ist, aber gegen die ging wirklich nichts gegen Leipzig, also kurz vor Schluss noch eine dicke Chance durch Anton, das weiß ich noch, dicke Chance durch Anton, äh, der da irgendwie in Niedermeier-Manier das Ding hätte reinstochern können, das weiß ich immer noch von Niedermeier, war im Stadion gegen Wolfsburg, irgendwann war das langer Ball auf Niedermeier, 90 plus 4 und der Stochert das Ding rein zum 1-1, ähm, das hätte Anton machen können, das nicht geschafft, auch hier verdient für Leipzig, alles in Ordnung, dann, wir sind wieder beim grünen Trikot, ähm, Augsburg, 1-4, Auswärtssieg, auch hochverdient gewonnen bei Augsburg, ähm, ein Sensationstor zum 2-0 müsste es gewesen sein, ja, zum 2-0, ähm, dieser lange Ball mit dem linken Fuß von Kempf, runter auf Sosa, der geht die Meter, legt ihn in die Mitte, González zieht den Einverteidiger mit sich auf sich, da kommt der Ball aber nicht hin, sondern nach hinten, wo dann zieht, dass Konrad alleine ist und einschieben kann, traumhaftes Tor, generell sehr schöne Tore, auch, glaube ich, schöne Flanken gewesen für das Castro-Tor und am Ende für, für das Didavi-Tor schön rausgespielt, 4-1 gewonnen, ähm, vor dem 4-1 auch eine gelb rote Karte für Augsburg natürlich auch geholfen hat. Kurz nach der Halbzeit, 46., da hat man uns vielleicht kurz ein bisschen Angst gehabt, wahrscheinlich, wegen dem Ding, dass wir direkt nach der Halbzeit ein Tor kassiert haben, was wir generell häufig getan haben, wir hatten es ja jetzt auch schon ein paar Mal, äh, in den bisherigen Spielen, dass wir kurz nach der Halbzeit direkt ein Tor kassiert haben, ähm, auch gegen Freiburg beim ersten Spiel zum Beispiel, 48., das war irgendwie so, so komische Phasen irgendwie, kurz nach der Halbzeit war irgendwie eine komische Phase, eine lange Zeit bei uns, aber am Ende, Top-Spiel gemacht, 4-1 gewonnen bei Augsburg, die ja auch so immer noch Konkurrent sind und waren da in Richtung Abstieg und in Richtung Klassenhalt vor allem, Top-Spiel gemacht. So, danach, 2-2 gegen Gladbach, ähm, ja, Gladbach, die hat man noch ein paar Mal, die hat man zweimal da innerhalb von 3-4 Wochen oder dann vor 3 Wochen oder sowas, ähm, ja, zur Halbzeit lag mal 1-0 hinten, danach, ähm, González, das müsste ein, das müsste ein Sensationskopfball gewesen sein, so sehr flankt das Ding und legt sich da irgendwie am 16er in den Kopfball rein, Flugkopfball, lange Ecke, wunderschönes Tor, dann auch wieder direkt drauf, das 2-1 kassiert, 3 Minuten später, ähm, dann eben am Ende das, ja, wer weiß, Glück des Tüchtigen, wie auch immer mal, VAR ein bisschen mehr Glück gab für uns, oder ein bisschen mehr geholfen für uns, ähm, eben mit der Aktion, wo Kaleitsch am Ende da einerseits gehalten wurde, deswegen kann man den für mich immer noch pfeifen, den Elfmeter, er wurde eben gehalten, ne, war eben Umarmung, ähm, mit Benze bei Ihnen ist es gewesen sein, am Ende fällt er halt deswegen nicht, so, man kann nur sagen, dass es halt dumm war und dadurch so ein bisschen, ja, verdient war, dass er eben da was pfeift, weil, ja, lass halt die Hände weg, Benze bei Ihnen, und er pfeift nichts, so. Ähm, am Ende war es ja, glaube ich, Anton, wo er irgendwie dann auf dessen Schuh ausgerutscht hat, deswegen durchaus immer noch ein, ähm, glücklicher Elfmeter, den Silas reinjagt, so ein 2-2, ähm, auch da war es hochverdient, glaube ich, dass du einen Punkt mitgenommen hast, ähm, deswegen bleibt auch hier weiter mein Zähler auf Null, ich glaube, die Idee, da irgendwie Punkte mitzuzählen, war gar nicht, wird am Ende, glaube ich, gar nicht so, ja, sehe ich nicht als so krass effektiv herausstellen, aber so habe ich nochmal einen anderen Aspekt zum Bewerten und drüber nachdenken, über die Spiele, äh, ja, Bielefeld danach, 17. Spieltag, ähm, tatsächlich halt, ja, 20.01. war das, da war dann die Hinrunde vorbei, auch unter der Woche gewesen, das Spiel 3-0 verloren bei Bielefeld, das war schon wirklich richtig, richtig eklig, weil Bielefeld ist natürlich, ne, drin gehalten, aber auch nicht der Top-Club der Jäger, wo du 3-0 verlieren musst, ähm, mit ein bisschen mehr Glück, also schon deutlich mehr Glück, hättest du da vielleicht einen Punkt mitnehmen können, weil so unterlegen warst du nicht, hast deine Chance nicht gemacht, Ortega stark gewesen bei, bei Bielefeld, aber wenn du 3-0 verlierst, kann ich auch nicht so weit gehen, da jetzt irgendwie die Plus-2 hinschreiben, von wegen hättest du einen Punkt mitnehmen können, lasse ich hier bleiben, Bielefeld hat einen wichtigen Sieg geholt, das war auch ein großes Ding für Bielefeld, weshalb sie drin geblieben sind, was wir auch cool finden als Mitaufsteiger, ähm, sie haben halt wirklich Punkte geholt, wo es nötig war, in direkten Duellen, auch mal irgendwelche, ähm, zufälligen Punkte aus und nicht, so in Leverkusen oder so Geschichten, ähm, ja, deswegen haben sie sich wohl drin gehalten, am Ende des Tages, also, ja, haben wir dazu ein bisschen beigetragen, auch im letzten Spiel ja auch, ähm, damit sind wir schon bei der Hinrundtabelle angekommen, zur Hinrunde standen wir nach 17 Spielen bei 22 Punkten, auf Platz 10, 5 Siege, 7 Unentschieden, haben wir gesagt, wir haben sehr viele Unentschieden gesammelt und 5 Niederlagen, ähm, plus 5, positives Tor, äh, Verhältnis für uns, ähm, ja, da war dann Platz 7 zu dem Zeitpunkt, äh, 5 Punkte weg, ne, 6 Punkte weg, ähm, und, ja, ne, 6 Punkte, ja, 6 Punkte war es weg, äh, auf Gladbach, ähm, die da auf Platz 7 waren, Union war tatsächlich sogar auf Platz 6 Punkt gleich, mit Gladbach, Wolfsburg auf 5, Dortmund 4, ähm, Leverkusen 3, Leipzig 2, Bayern 1 und Frankfurt und Freiburg waren noch vor uns, ähm, ganz unten Schalke und Mainz, punktgleich, beide auf 7 Punkten nach 17 Spielen, das wird man nachher in der, in der Endtabelle sehen, was, ja, der Unterschied da jetzt bei, bei Mainz war, das ist krank, und, äh, Köln ist tatsächlich da auch schon auf Relegationsplatz gewesen, Platz 16, ähm, mit 15 Punkten Bremen, mit 3 Punkten mehr auf Platz 13 noch, auf dem sicheren Ufer, Bielefeld war auch auf Platz 15, wo es am Ende waren, ähm, ja, dann gehen wir weiter, zum nächsten, unglücklichen Spiel, also, das war wirklich, ich schreibe meine Plus 1 wieder zurück, ähm, ist mir egal, ich schreibe sie, ich schreibe sie einfach da zurück, ist mir sowas von egal, ähm, weil das wieder Freiburg ist, und du auch wieder in Freiburg einen Punkt hättest mitnehmen müssen, hab ich glaube auch die Freiburg am Ende gesagt, dass es wirklich glücklich war, äh, man das Glück mal mitnehmen muss, wir sind in Führung gegangen, durch Silas, ähm, wahrscheinlich in Elfmeter, glaube ich, und dann Freiburg 2-1 in Führung gegangen, vor der Halbzeit, ähm, nee, war kein, war kein Elfmeter, Elfmeter war das hier nämlich, 45. 40. war Elfmeter, González, den er verschossen hat, ähm, zum möglichen 2-2-2, Silas-Tor war ganz normal, ähm, ja, Demirovic, ähm, Jung, 2-1-Führung in der zweiten Halbzeit, bis die ganze Zeit draufgerannt, ähm, Tormierende noch, glaube ich, einen Pfosten-Schuss gehabt, die beiden Freiburg-Spiele waren so unsagbar frustrierend, also wirklich unsagbar frustrierend, weil wir jetzt beide Spiele mindestens unschieden spielen müssen, jeweils, extrem frustrierende Spiele gegen Freiburg, die haben uns wirklich zu Weißglut gebracht, was das angeht, und haben uns in beiden Spielen besiegt, trotzdem, ich trage hier natürlich ein Plus 1, weil da hättest du auf jeden Fall statt Null Punkten aus einer Niederlage mindestens einen Punkt auch verdient gehabt, ähm, passt auch, wie gesagt, zum Hinspielen, das ist ja vorhin, was ich ja vorhin weggestrichen hatte, durch das Unionsspiel, stehen quasi auf einem Punkt mehr, den wir uns verdient hätten in der Saison bisher, ähm, machen weiter, nächstes Spiel 2-0 Heimsieg gegen Mainz, und da war auch schon Bo Svensson am Start bei den Mainzern, ähm, aber wir haben, ja, wir konnten mit Mainzern umgehen, haben sie 2-0 besiegt, ähm, an einem Freitagabend, äh, mit unseren speziellen Trikots mit Regenbogenfarben, auch natürlich die Aktion mal wieder, Sosa auf Sascha, äh, da auch da sehr geholfen, zur Führung, und so ein bisschen zum, ja, Knoten platzen lassen, in dem Spiel, äh, Silas noch mit einem Super-Solo, Super-Solo von Silas, in der 72. verdienter Heimsieg, ähm, mit 2-0 gegen Mainz, die eben dann auch, ja, spätestens ab da eigentlich danach, so ein bisschen aufgedreht haben, wir konnten sie noch besiegen, danach, ja, wie gesagt, eine Wahnsinnsrückrunde von Mainz, ähm, dann Pokal, kam so ein bisschen ausgleichend, ausgleichendes Karma, blöd gesagt, ähm, von Gladbach, 2-1 rausgeflogen, im Achtelfinal wäre auch sehr, sehr viel mehr gegangen, glaube ich, wäre sehr, sehr viel mehr gegangen in diesem Jahr im Pokal, weil eben auch die Bayern früh raus waren, Dortmund jetzt auch nicht die Mega-Leistung hatte, bis zum Schluss, ähm, auch Leipzig, ja, keine Ahnung, da wäre vielleicht sogar ein bisschen mehr gegangen im Pokal diese Saison, ähm, du bist früh in Führung gegangen, auch ähnliches Solo von Silas, zweite Minute, der Shootingstar schlechthin, da hat man ihn noch, ähm, mit dem Halbzeitpfiff 1-1, natürlich schlechter Zeitpunkt, und dann eben auch wieder, sehr schnell nach der Halbzeit, 50. 2-1 durch Gladbach durch Stündel, was am Ende, ja, Ergebnis war, als am Ende noch eine, ja, doch eine Handdiskussion eigentlich um VAR, aber es war auch im Stream recht komisch zu gucken dann, ähm, weil, haben wir glaube ich, meine Reaktion im Stream war glaube ich wirklich recht klar, haben wir so, hä, was soll denn der Quark jetzt, das war doch ein Handspiel, Abpfiff, okay, schaut sich keiner mehr an, hä, komisch, weil es denkt man wirklich so schnell abgehakt, die Thematik, obwohl das vielleicht wirklich ein Handspiel war am Ende des Tages, aber man kann es ein bisschen als Ausgleichen sehen, zudem doch auch weiterhin etwas glücklichen Elfmeter zum 2-2 gegen Gladbach, deswegen geht es glaube ich auch da in Ordnung, da hätte es natürlich auch problemlos in die Verlängerung kommen können, so viel besser war Gladbach nicht, einfach schade, aber hier kann ich natürlich auch keine Punkte, Eintragung oder sowas, weil, ist, äh, K.O. Spiel, ähm, sehen natürlich auf dem Bild noch, dass es natürlich auch ein Fehler war von Bredlow, Form 2-1 von, ähm, Plea, äh, Pokalkeeper, da ließ nicht so toll bei, bei Bredlow bisher, um es mal so zu formulieren, was Pokalspiele angeht, da fährt er ja seine, seinen, seinen Einsatz, ähm, in der Bundesliga noch, und der war dafür wirklich, wirklich gut. Ähm, nächstes Spiel war dann Leverkusen, da trage ich mir auch nichts ein, weil es am Ende halt drei Tore Abstand waren, mit dem 5 zu 2, ähm, aber VR war natürlich da auch im Start, Leverkusen geht in Führung, 2 zu 0, zur Halbzeit, wir, mal tatsächlich direkt nach der Halbzeit, Tommy beide eingewechselt, oder? Ne, nur Tommy eingewechselt, ähm, mit Vorbereitung auf Kalajic, der sich richtig stark durchsetzt, da auch physisch stark durchsetzt, gegen Tabsoba war es glaube ich, Chip drüber, 2-1, Anschlusstreffer, wir hatten wieder Hoffnung, ähm, und dann, ja, müsste, ist jetzt eine große Frage, wann war das? Ich weiß gar nicht mehr auswendig, auf jeden Fall gab es dann, ähm, das 3 zu 1 durch Bailey, 4 zu 1 durch Würz, die haben uns dann wirklich einfach offensiv, ja, das war ein Spiel, wo die Offensive von, ähm, damals noch Trainer Bosch, auch tatsächlich brilliert hat, da hat sie funktioniert, da hat sie funktioniert, ähm, für Leverkusener, die da vorhin im Pokal rausgeflogen sind, gegen Essen, lese ich ja noch in der Analyse vom Kicker, ähm, ja, da hat es dann mal funktioniert, in der Rest der Saison ja nicht so megamäßig, oder zumindest ab da nicht mehr so groß, ist ja dann auch, ähm, Bosch dann auch gegangen, ähm, ja, sehr, sehr unglücklich, ich weiß gerade nicht mehr genau den Zeitpunkt, wann das jetzt war mit der Elfmeterszene, auf jeden Fall ist so eine, auf jeden Fall eine Handszene, ja, die du halt einfach pfeifen musst, die du einfach pfeifen musst, ähm, muss man überlegen, das müsste wahrscheinlich, guck mal, Schiedsreterteam, Svenja Blonstigel bekommt, die glatte 6 vom Kicker, wegen eben dieser VAR-Aktion, ähm, die müsste, glaube ich, zwischen dem 4 zu 2 und dem, ähm, 5 zu 2 gewesen sein, glaube ich, oder zwischen, ne, 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 es war, glaube ich, schon zwischen 4 zu 2 und 4 zu 3, äh, 5 zu 2 müsste es gewesen sein, also, zwischen dem Tor von Gleitsch zum 4 zu 2 und dem 5 zu 2 dann von Gray, ähm, müsste das gewesen sein, ich bin mir aber gerade wirklich nicht mehr sicher, ich finde es hier auch gerade leider nicht, ähm, direkt drin, wir gehen mal in den Ticker rein, haben wir auch Zeit für, komm, scheiß ruhig, gucken schnell nach, ich will dir keine Scheiße erzählen, wo, wo war die Aktion mit VAR, wo war die Aktion mit VAR, ähm, hier, hier, das war's, 3 zu 1, sorry Jungs, jetzt haben wir's, äh, rund ums 3 zu 1 war's, 2 zu 1 Anschluss Treffer und dann, vor dem 3 zu 1, stimmt, jetzt habe ich es wieder im Kopf, war die Szene vor Sumenza aus kurzer Distanz an die Hand bekommen von Karlajcic, musst du eigentlich pfeifen nach Regelwerk, wurde nicht getan, das wäre das, ähm, ja, das wäre der 2 zu 2 Ausgleich gewesen, dann fängst du halt nach der Szene, direkt nach der Szene, ähm, das 3 zu 1, wurde dann alles überprüft, hätte am Ende halt geheißen, ne, Elfmeter für den VfB und Tod zurückgenommen, war er dem dann doch nicht so sehr, sehr schade gewesen, ja, keine Ahnung, aber trotzdem, wie gesagt, am Ende 5 zu 2 ist so ein hohes Ergebnis, dass das sieht natürlich in Ordnung war, aber die nächste VAR strittige Aktion, lasse ich mal in dem Sinne, soweit unkommentiert, muss man einfach pfeifen, ganz, ganz einfach, danach Berlin, 1 zu 1 gespielt, ja, 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 ging auch in Ordnung, weil es kein besonderes Spiel, Kalajcic macht das 1 zu 0 in der Nachspielzeit, 45 plus 1, ähm, ja, Kedira legt dann tatsächlich auf das Tor für Luca Netz, Talent von Berlin, 82, sehr das Ding irgendwie reinwirkt, mit mehr Glück als Verstand am Ende, war ein bisschen unglücklich, aber würde ich als, aber auch hier nicht so weit gehen, als dass ich sagen würde, ja, hätte man, könnte man plus 2 eintragen, weil man es eigentlich gewinnen muss, aber, so weit würde ich hier auch nicht gehen, ähm, sehr, sehr schade, sehr, sehr schade, das Ding, auch unnötiges Ding, vor allem bei der Saison von Berlin, du gehst in Führung zur Halbzeit, natürlich gewünscht, dass man das Spiel runterspielt, ist dann aber leider nicht so gekommen, ähm, Köln 1 zu 0 auswärts, das war glaube ich, eine der beschissensten ersten Halbzeiten Bundesliga-Fußball, die ich jemals gesehen habe, also, Wahnsinn, die war ja so dermaßen schlecht, die erste Halbzeit, ähm, nach kurz in der Halbzeit, 49. wir haben also nicht nur kassiert, sondern auch getroffen, kurz nach der Halbzeit, eben wieder, äh, Freistoß, Sosa, Kopfball, lange Ecke Kalajdzic, 1 zu 0 auswärts Sieg, ähm, ging glaube ich auch in Ordnung, auch wenn ich hier kurz davor bin, ah, schwierig, schwierig, ich mache es jetzt hier einfach mal genau so, ähm, ja, mache ich es, oder mache ich es nicht? Ah, komm, ich mache es genau so, wie ich es auch mit Union gemacht habe, habe, ich trage unsere Plus Eins, trage ich wieder raus, damit wir wieder auf Null stehen, weil auch, du hättest dich hier nicht groß beschweren dürfen, über einen Ausgleich, weil am Ende haben wir schon wirklich ein bisschen, ja, geschwommen, also, Köln hätte schon gute Chancen gehabt, das große Problem von Köln, auch Chancenverwertung über die gesamte Saison, ähm, jetzt, bis aus Relegationsspieler gestern, also Wahnsinn, auf einmal holen die da fünf Hütten raus, und jedes, jedes Ding fliegt irgendwie rein bei denen, da lief einfach alles, ähm, noch unter Gießtor hier, das 1 zu 0, ich trage, wie gesagt, die Plus Eins raus, weil ich keine Minus Zwei machen will, das ist auch ein bisschen übertrieben, ich trage die Plus Eins weg, ähm, wir stehen wieder auf Null, weil, da hätte es sich am Ende auch nicht beschweren dürfen, hätte Köln hier Unschieden geholt, weil, das Spiel war aus, das Spiel war ausgeglichen langweilig, deswegen hätte sich da nicht beschweren dürfen, danach dafür umso interessanter, 5 zu 1 Heimsieg gegen Schalke 04, Doppelpack Endo, der nach einer Ecke frei steht, ja, wahrscheinlich nicht mal wie im Trainingsspiel, selbst da ist er besser gedeckt, also du hast schon gesehen, warum Schalke da ganz unten war, und auch geblieben ist, auch wenn du da, Anschluss Rebaculasi, nach der 40. da ist auch wirklich kurz eine Aktion, ähm, ja, wo Schalke bisher sehr, sehr nah dran war, auch Foul-Elfmeter verschossen, ähm, Ben Taleb, und dann am Ende nochmal die Einwechslungen, die Davi und Klement, oder andersrum, Klement zuerst, dann die Davi mit einem Traumtor, machen nochmal das Ergebnis einen Ticken höher, obwohl du auch in der zweiten Halbzeit, das typische zweite Halbzeitbild, so ein bisschen nachgelassen hast, und Schalke wirklich hast kommen lassen, machen die Elfmeter rein in der 72, dann steht es auf einmal 3 zu 2, das ist eine ganz andere Geschichte, am Ende gewinnst du 5 zu 1, ich habe danach mit meinem Kollegen im Stream auf den Klassen halt angestoßen, äh, kann natürlich jetzt hier nicht genau nachgucken, ähm, was, was das für eine Punktzahl war, aber auf jeden Fall eine, eine, die hoch genug war, um zu sagen, yo, komm, ganz unten reinrutschen wirst du nicht mehr, Sensation 5 zu 1 gegen Schalke, weil es keine Sensation wegen, ne, Schalke war schlecht so, aber einfach schön zu sehen, 5 zu 1 kann der Sieg zu Hause, wir sind ja normalerweise eher die Mannschaft, die dann solche Teams aufbaut, aber wie gesagt, sehr viele Statistiken, sehr viele Normen quasi gebrochen bei uns, ähm, dann 1 zu 1 in Frankfurt, ähm, ging in Ordnung, lasse ich so jetzt auch stehen, fangen wir natürlich am Ende nochmal, mehr Chancen gehabt, bisschen Glück gehabt, aber da ich jetzt eben gerade bei Köln, das, ähm, ja, schon die Plus 1 weg gestrichen habe, lasse ich es so jetzt hier stehen, weiter auf 0 Punkten, Unterschied quasi, ähm, ja, das war lustig, Kalajdzic macht das 1 zu 0, nicht aus dem Nichts, aber ein bisschen reingewirktes Ding, aber sehr, sehr geil, in Frankfurt zu führen, ähm, und dann direkt drauf macht Kostic den Ausgleich, ähm, eine Kopie von seinem Abseits-Tor, das er 10 Minuten davor gemacht hat, ähm, am Ende spielst du 1 zu 1 in Frankfurt, holst, verlierst gegen Frankfurt diese Saison nicht, war noch die gute Phase von Frankfurt, da waren noch keine Trainerentlassungen, oder Trainerabschiede und so weiter verkündet, ähm, ja, sehr, sehr starker Punkt mitgenommen in Frankfurt, ähm, ging glaube ich auch in Ordnung gegen die kämpferischen Leistung, ähm, machen wir weiter, 2-0 Heimsee gegen Hoffenheim, der war sehr, sehr schön, ähm, der war sehr, sehr schön, die Hoffenheimer besiegt, ähm, ja, auch da Kalajdzic wieder mit seinem Treffer, ähm, wir sind hier auch weiß ansprichend mit Kalajdzic bei seinem Kalajdzic-Torrekord, er hat, ähm, diesen Rekord eingestellt von, äh, von uns intern beim VfB quasi, äh, Vereinshistorisch mit den Toren am Stück, waren es sieben? Bin mir gar nicht mehr sicher, ähm, ja, sieben Spiele in Folge, ähm, das war bisher nur Fredi Bobic gelungen, ähm, hat ihn eingestellt und halt auch nicht gebrochen, wegen dem nächsten Spiel, was danach kommt, aber Hoffenheim besiegt zu Hause, sehr schönes Ding gewesen, und eben die Hoffnung wieder hochgeschoben, auf, ähm, Europa League oder auf Conference League, weil da warst du zu dem Standpunkt, das sieht man zum Glück beim Kicker, ähm, da warst du Achter zu dem, äh, 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 gegen Hoffenheim, ähm, erkämpftes Dingen, schön, ja, und danach, ja, danach, danach, ähm, warte mal, bei Hoffenheim war doch, was war da, da war Mangala, ne? Das war die dicke Mangala-Verletzung, ja, 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 weil da kam nämlich Armada rein, irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf, was ich irgendwie noch sagen wollte zu Hoffenheim, jetzt ist es mir ja wieder reingefallen, ähm, Mangala kam rein für, oder musste raus für Armada, der das hat, ja, top Bundesliga-Spiel gemacht hat, Armada, und eben da der Erste wieder von den dicken Verletzungen, ähm, von, ja, unserer Startelf halt, am Ende des Tages, Mangala musste da raus, ähm, ähm, ich meine hier auch kein Gonzales zu sehen, in den Startelf oder sowas, ne? Ich weiß nicht, wann der sich nochmal verletzt hatte da, aber da war auch Gonzales, ähm, wieder, ja, quasi unterm Messer, der war wieder nicht, nicht, nicht einsatzbereit, der Kuhli, ich weiß nicht, wann er sich, in welchem Spiel er sich da verletzt hatte davor, ich weiß es wieder gerade nicht, Augsburg, Berlin, war Leverkusen, war das Leverkusen? Ja, war Leverkusen, jetzt haben wir es, da kam Gonzales, da musste Gonzales raus, schon nach 20 Minuten, und Kalajdzic kam, da war das Spiel, wo er sich verletzt hat, ähm, und das war das Spiel, wo er zurückgekommen ist, ähm, Bayern, 4 zu 0 verloren, bei den Bayern, da kam Gonzales zurück, kam in der Halbzeitpause, ähm, dafür, wie gesagt, die dicke, dicke Verletzung von Silas, 35. Der Stand ist schon 3-0, ohne gegnerische Einwirkung, verletzt sich, ähm, und wird, ja, hat danach natürlich nicht mehr Fuß gefasst, im Sinne von der Kollege, ähm, fällt noch immer aus, monatelang bis, Oktober, November, Wahnsinn, unfassbar, auch Gonzales, glaube ich, in dem Spiel auch wieder irgendwo, sich so halbwegs verletzt, also der war dann gegen, gegen, gegen Bremen ja auch schon wieder nicht, nicht von der Partie, ähm, ähm, ja, sehr, sehr, sehr unglücklich, was da in den Bayern-Spielen, oder an Verletzungen abging, bei uns, ähm, und natürlich generell, sehr unglücklich, Davies fliegt nach 11 Minuten, mit gelb-rot vom Platz, du hast wirklich gedacht, yo, Jungs, jetzt bist du auch noch in Überzahl, heilige Scheiße, könnte was gehen, weil du gerade aus diesem Hoffenheim, oder aus dem, aus dem Sieging Hoffenheim, und der Hoffnung auf einen, siebten, sechsten Platz, ähm, da reingehst, ja, dann eben die Bayern mal aufgetreten, haben wir, ja, komm, Münderiger will mit einem Mann weniger spielen, das ist uns doch egal, Lewandowski, 1 zu 0, 18. Minute, danach Gnabry, 22. 23. Lewandowski, 3 zu 0, vor der Halbzeit nochmal das 4 zu 0, auch Lewandowski, hat am Ende auch seinen Torrekord gebrochen, ja, ähm, von Gerd Müller mit 41 Hütten, Wahnsinns, das ist auch von Lewandowski, hier sich auch drei Stück geholt, für diesen Rekord, am Ende komplett chancenlos gewesen, in München, und eben zwei Däger Verletzungen mitgenommen, das war natürlich super, ähm, danach war es dann sehr, sehr wichtig, weil eben nach dem Spiel, was wir jetzt gleich besprechen, ja, diese schlechtere Phase kam, wo dann sich irgendwann richtig klar gezeigt hat, yo, du hast schon Verletzungspech, Bruder, da ist ein bisschen die Luft raus, du spielst mit einer B-Elf, oder mit einer halben B-Elf in der Startelf, schwieriges Thema, deswegen war es umso wichtiger, diesen Sieg hier mitzunehmen gegen Bremen, 1-0-Sieg gegen Bremen, 81. Kalajcic, ähm, köpfliss Ding rein, aber hier hat der Kicker ein Eigentor von Augustin gegeben, aber es müsste Kalajcic gewesen sein, weiß ich, ob er das Tor bekommen hat oder nicht, ähm, ja, 1-0-Sieg gegen Bremen war auch nichts Schönes, ich werde fast kurz davor zu sagen, dass wir hier auch unschiehen hätte spielen können, ähm, ja, lass aber trotzdem mal auf den Nullpunkten stehen, beziehungsweise komm, scheiß drauf, ich trage mal, ich weiß nicht, wie, wie schlecht, wie schlecht war das Spiel, das war wirklich auch ähnlich, 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 uninteressant, wie das Spiel gegen Köln, und hier auch steht im Text, große Personalsorgenplagen, Stuttgart's Coach, Matarazzo, Mamakituka, Kreuzbandriss, mit Heimtabelle, Auswärtstabelle, weil das natürlich auch lange Zeit nicht so lief zu Hause, natürlich auch den Gegnern geschuldet, aber wir am Ende des Tages natürlich auswärts deutlich mehr Punkte, oder deutlich besser waren, mehr Punkte geholt haben als zu Hause, wir machen weiter, da fing es an mit den ganz, ganz ärgerlichen Spielen, ähm, dann gleich dieses E-Ausbau, nichts aufzuschreiben mit dem Bremen-Spiel, deswegen trage ich ja auch hier nichts ein, ja, 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 2 zu 3 verloren, gehst in Führung wieder, so sah auf Sascha, und dann eben das typische Bild, wieder diese komische Phase nach der Halbzeit, fängt es direkt nach der Halbzeit, das 1 zu 1 durch Bellingham, danach direkt 52 zu 2 zu 1 durch Reus, ähm, und dann, ja, das ist schon fast, ah, gut, Dortmund festigt sich gerade nicht, nicht, nicht schlecht unterwegs, müsste zwischen den Champions-League-Spielen gegen Man City gewesen sein, wo sie ja auch durchaus gut aufgetreten sind, und dann macht halt doch noch die Davi, Top-Konto rausgespielt, die Davi macht das Tor an der 78. Riesenfreude, ist auch mein, äh, Alert-Gif quasi für Donations, mein Jubel zum 2 zu 2, und dann halt eben wieder, zwei Minuten später, das Spiel der schlechten Zeitpunkte quasi, macht Knauf, das 3 zu 2, ähm, der Jungspund von Dortmund, ähm, und sie gewinnen eben dann doch bei uns, ähm, sehr schade, das ist wirklich ein Unschienenverdient gehabt, 100 Prozent, ähm, ja, hat nicht sein sollen, war trotzdem ein geiles Top-Spiel, Samstag 18, 30, und irgendwie ab da sind abgezeichnet, Jungs, gut, ist schon bemerkbar, dass du so viele Verletzungen hast, so viele Ausfälle hast, ähm, ist Platz 7 noch drin, ich glaube irgendwie nicht, nächstes Spiel dann auch Union, 2 zu 1 verloren, ähm, ja, auch sehr, sehr unnötig, hier trage ich aber trotzdem nichts ein, weil wir auch jetzt da in dem Spiel einfach nicht so viele Chancen hatten, als dass wir uns da irgendwie großen Punkt hätten mitnehmen können, Union hat das aber auch nicht, keine Ahnung, uns ja auch nicht dominiert, nicht, nicht dominiert oder sowas, schwieriges Spiel, schwieriges Spiel, Union führt 2 zu 0 zur Halbzeit, dann kurz in der Halbzeit macht Philipp Förster nach Einwechslung, ähm, dass der Anschluss 3 vor 2 zu 1 am Ende, ja, ja, versucht, aber halt auch wirklich nichts besonders irgendwie hinbekommen, keine besonderen Chancen hinbekommen, Union war eiskalter als wir, ja, die unglückliche Phase, unglückliche Phase, Trinninglager in Folge, wir machen weiter mit der unglücklichen Phase, 3-1 verloren zu Hause gegen Wolfsburg, das war extrem, extrem unglücklich, ähm, hier bin ich auch wirklich kurz davor, eine Plus 1 reinzuschreiben, und ich mache es jetzt auch, ist mir scheißegal, ich trage ein Plus 1 ein, so ein bisschen eine Kombination aus, aus, ähm, ja, aus Dortmund, Union und Wolfsburg quasi, machen wir quasi die Kombination, und tragen ein Plus 1 ein an Punkten, weil wirklich, also du gehst, ja, unverdient wie, wie nur vorstellbar, gehst du 1 zu 0 in Rückstand, dann kommst 1, ja, oder das mögliche 1 zu 1 von Förster, was eben nicht fällt, in der 26. Handelfmeter verschossen, 3 Minuten später macht Prieger, äh, nicht Prieger, er bereitet vor, Weghorst mal 2 zu 0, oh Mann ey, das Spiel war ärgerlich, ohne Witz, gehst 2 zu 0 in die Halbzeitpause, und weißt nicht warum und wie, wieder so ein unter der Woche Spiel, die waren irgendwie nicht so unser Ding, dieses Jahr, ähm, Union waren unschieden, aber auch, kurz zu Schluss noch gerettet, natürlich geiles Comeback von Kalajdzic da, oder geile Einwechslung, da hast du noch Freiburg unter der Woche, hast du verloren, du hast Wolfsburg unter der Woche verloren, ähm, und irgendwas anderes war auch noch unter der Woche was verloren, das ist Bielefeld, in der Bundesliga, Bielefeld, also unter der Woche, englische Woche, nicht so unser Ding gewesen, dann macht der Wolfsburg das 3 zu 1, du machst noch den Anschluss, trefft uns um 3 zu 1, in der 90. plus 2, ja, die, ja, das war ja nicht mal eine Chance, weil so ein abgefälschter Lullschuss da irgendwie aus, aus 30 Metern gefühlt, der rutscht am Ende irgendwie durch alle durch, und abgefälschter und rein, die richtig dicken Hochkaräter hast du halt nicht gemacht, unfassbar Mann, unfassbar Mann, also da wirklich, auch wenn es da zwei Tore Abstand sind, verstehe ich auch, aber ganz ehrlich, das hättest du wirklich unschieden spielen müssen gegen Wolfsburg, oder hättest es so verdient gehabt, dann unschieden zu holen, gerade in der Phase, wo eben so viele ausgefallen sind, so viele verletzungsbedingt ausgefallen sind, da war auch ein Sosa nicht am Start, also rund um die Zeit, also ich schaue mal hier gerade in den Startup rein, rund um die Zeit war ein Sosa nicht mit am Start, da war dann Armada Mittelfeld und so weiter, Silas natürlich nicht dabei, Gonzales auch nicht dabei, da auch Mafropana ständig mal verletzt, mal dabei, und da hast du trotzdem so eine kämpferische Top-Leistung abgeliefert, alles versucht irgendwie gegen den dritten Platz Wolfsburg, gegen die es sowieso immer hartnäckig ist zu spielen, deswegen, glaube ich, trage ich hier verdiente Plus 1 ein, weil wir wirklich einen Punkt hätte das holen können, danach, das nächste Spiel auch wieder, wie auch schon im Hinspiel, komplett Chancen durch, gegen Leipzig, 2-0 verloren, klar, Armada, Dab da drüber, 14 Minuten, ab da, gelb-rot, ja, ab da hast du es zählen natürlich auch nicht praktisch in Leipzig, konnte sich nur noch hinten reinstellen, am Ende dann 2-0 verloren, verdient verloren, wer weiß, ob da mit einem Elfmann ein bisschen mehr gegangen wäre, aber gegen Leipzig, also wirklich in den beiden Spielen, in Leipzig war es glaube ich so chancenlos, rein vom Klub her, wie gegen keinen in beiden Spielen, gegen Bayern, klar, Rückspiel war es auch kaum mit chancenlos gegen Bayern, aber im Hinspiel hat es ja die Chance, und wirklich auch mit ein bisschen mehr Glück, auch vielleicht nur Unschieden, aber gegen Leipzig in beiden Spielen, nicht irgendwie ein Anhaltspunkt, warum in beiden Spielen irgendwie hätte es einen Punkt holen sollen, also das ist glaube ich das Team, gegen das wir keine Chancen hatten irgendwie, ganz wild, oder gegen die wir immer am chancenlosten aussahen, wie auch immer, dann das Spiel, endlich wieder einen Sieg geholt, 2-1-Sieg gegen Augsburg, gehen da in Führung durch Philipp Förster, nach 11 Minuten, war ganz schön rausgespielt, das Ding, da dann eben auch Koulibaly raus, der immer den Ersatz gespielt hat, für Silas meistens, auch da raus, dafür kam dann ja Massimo, der sich dann auch im selben Spiel nochmal verletzt hat, okay, die haben einfach beim Kicker beide mal den selben Wechsel eingetragen, das ist ein Fehler, die haben einfach zweimal den Wechsel Koulibaly für Massimo drin, ja, keine Ahnung, da war es glaube ich auch wirklich andersrum, Massimo gestartet, der dann den wichtigen Part übernommen hat, über rechts und wirklich gut abgeliefert hat, weil es ihm Koulibaly nicht mehr getan hat, Zoram ist richtig, und dann musste Koulibaly auch verletzungsbedingt raus in dem Spiel, perfektes Beispiel, also Verletzungsglück, Verletzungspech, der Begriff, der auf uns zustimmt, ist glaube ich recht einfach, also unfassbar die Saison gewesen, gegen Ende, und ich bleibe dabei, wenn du ein bisschen mehr Glück hast, oder ein bisschen weniger Verletzungen hast, ein bisschen mehr Stammelf spielen kannst, gegen Ende, gerade in der Phase von diesen vier Niederlagen am Stück, dann holst du da mal einen Punkt, dann holst du vielleicht auch irgendwo einen Sieg mal mehr, und dann hast du wirklich problemlos Chancen auf Europa, ob man es will, also für Europa im Sinne von Platz 7 mindestens, ob man es will, ist die andere Frage, ob es dann auch so gelaufen wäre, ist großes Hätte-Hätte-Fahrrad-Kette, auch mit meiner Rechnerei hier, die aber bisher auch noch nicht großartig aufschlussgebend ist, merkt man ja, ob man es will, ist die andere Frage, aber möglich wäre es gewesen, mit einer Startelf, mit einem Silas, Gonzales und so weiter, die alle immer dabei sind, Sosa immer dabei, immer die gleiche Abwehr, hat sich auch ständig variiert, da hinten mit verletzungsbedingten Ausfällen, da wäre wirklich, wirklich Europa möglich gewesen, glaube ich, so am Ende des Tages, hat es dann vielleicht wirklich auch sein sollen, vielleicht kam es Verletzungspech, damit es eben nicht direkt nach der ersten Aufstiegssaison wieder irgendwie ins Fähren geht, die noch nicht nötig sind, noch keine Dreifachbelastung, noch kein internationaler Wettbewerb, noch nicht abheben, vielleicht hat das auch so sein sollen, keine Ahnung. Augsburg aber in dem Spiel wirklich nicht schlecht gewesen, das war das erste Spiel von Markus Weinzierl, der zurückgekehrt ist und Augsburg auch drin gehalten hat am Ende des Tages, war wirklich, wirklich kein schlechtes Spiel von Augsburg, hätte sich da auch nicht beschweren dürfen, wenn du Unschieden spielst, ich behalte meinen Plus Eins aber drin, weil es glaube ich immer noch ein bisschen für mich, ja, ein bisschen überlappt, von noch den ganzen Freiburg-Spielen und so weiter, von davor behalte ich mir Plus Eins drin, und trage dir die Eins nicht raus, weil du hier wirklich, ja, auch nicht unbedingt gewonnen hast, aber Augsburg hat sich ja wirklich nicht schlecht geschlagen, das wollte ich damit sagen, wir bleiben auf Plus Eins stehen in meiner Rechnung hier, dann der Auswärtssieg in Gladbach, unfassbar gewesen, weil wirklich, da war eigentlich, ja, war irgendwie klar, geht nichts mehr und so, dann spielst du bei Gladbach, für die es auch noch um alles geht, in Sachen Konfrenz, nicht gegen Sachen, wenigstens irgendwie international spielen, und dann choken die da rein, gegen uns, gegen Führung, kurz vor der Halbzeit, war ausliegendes Spiel, nichts Besonderes, ein bisschen nur ein Hergeplänkel, mit dem Halbzeitpfiff quasi das 1-0 von Stindl, auch sehr, ähm, ja, sehr, ja, schlechter Zeitpunkt einfach, ne, sehr unglücklich, schlechter Zeitpunkt, zweite Halbzeit dann auch, ja, vor sich her getangelt, also war es kein Spiel der Riesenchancen, kein, kein, kein Offensivfeuerwerk, kein Spektakel, und dann holt Endo auf einmal so ein, so eine Zündung raus, zum 1-1, äh, Stenzel, abgefälschter Schuss von Kaleitsch, zum 2-1, so gewinnst da, überragender Sieg, also der, den, den, den wertig immer noch so unsagbar hoch, diesen Sieg gegen, gegen Gladbach auswärts, Wahnsinn, immer noch mit der komplett geschwächten Mannschaft, ne, ähm, Sosa übrigens wieder zurück gewesen, aber klar, wenn man auf die Startelf guckt, gucken wir nochmal rein, äh, da standen da Kobel, Mafropanus, Anton Kempf, gut, Mafropanus muss in dem Spiel aber auch raus, ähm, Sosa aber immerhin wieder zurück, Karasor, Endo, Massimo, Förster, Tommi, Kalajic, da fehlen halt weiterhin, Mangala, da fehlt ein, ähm, González, da fehlt ein Silas, ähm, auch in Castro, aber ist immer an der Startelf, oder meistens in der Startelf, äh, am Start, Sosa aber wieder wenigstens zurück, da hat die Spieler davor auch immer wieder gefehlt, ähm, auch bei Augsburg, ähm, muss man da sagen, dass, ähm, Dingesenkirchen, dass natürlich Bredlo im Tor war, ne, auch da war Kugel kurz vor dem Spiel, für ein Spiel weg, ähm, hat da sehr, sehr gute Arbeit geleistet, der Bredlo auch hier eine 1,5 bekommen, muss ich nochmal kurz hervorheben, einfach weil der, ja, im Pokal schon wieder ein bisschen draufbekommen hat, was Kritik angeht, da hat er wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, gegen Augsburg, und hier auch gegen Gladbach, einfach mit so einem Team, Mann, mit so einem Team, gegen auch vor allem die volle Kapelle von Gladbach, ne, die konnten alles auswählen, was sie haben, volle Gladbacher Kapelle, und du gewinnst da 2 zu 1, verdienst auch noch um alles, sensationell, und dann eben kam er zum letzten Spieltag, zu der Situation, du hast 4 Mannschaften, Bielefeld, äh, nicht Bielefeld, wir spielen gegen Bielefeld, Freiburg hat noch die Chance, eine Mini-Chance, ähm, Union und Gladbach mit den dicksten Chancen, auf die Conference League, gehst da rein, gut, das war leider nix, also das, das Spiel beim Ende des Tages leider nix, war eh egal, weil ja erstens Union seinen Job gemacht hat, gewonnen hat kurz vor Schluss, jetzt auch tatsächlich Conference League spielt, beziehungsweise auf jeden Fall in die Quali-Runde geht, Gladbach hat auch gewonnen in Bremen, die dadurch ja abgestiegen sind, aber sind dadurch auf Platz 8 die Gladbacher, da geht gar nichts mehr, wir verlieren, aber da immerhin Freiburg auch verliert, sind wir Baden-Württemberg-Meister, sind neunter Platz am Ende des Tages geworden, ähm, Köln glaube ich, je nachdem, was wir gemacht hätten mit Bielefeld in dem Spiel, ähm, wäre auch eine Relegation von dem möglich gewesen, dann haben sie sich drin gehalten, freuen uns natürlich auch so ein bisschen, als, äh, Mitaufsteiger, sympathischer Klub, darf gern drinbleiben, die Bielefelder, Tor hatten wir auch geschossen, auch wenn es dann leider sehr, ja doch, klar absetzt war, Massimo auf, Kalajic am Ende leider, ja, hat man diesen, so ein bisschen diesen abgeschenkten Effekt da drin, es wirkt so ein bisschen abgeschenktes Spiel, ähm, wie jetzt eben, habe ich auch damals den Vergleich gebracht, ähm, zum Spiel gegen Darmstadt, wo wir 3-1 verloren haben, in der 2. Liga-Saison, aber am Ende des Tages, ja, mein Gott, ging eh um nichts mehr, nur der Abschluss ist ein bisschen, äh, was heißt ging um nichts mehr, ging schon um was, aber nach den Ergebnissen, die früh klar waren, ging es für uns dann doch am Ende des Tages tabellarisch um nichts mehr, ähm, ja, nur so ein bisschen halt, der, ja, der Abschluss halt ein bisschen ungeil, aber, wir können, trotzdem am Ende des Tages natürlich, machen wir jetzt auch zum Abschluss fast eine Stunde durch, der letzte Gegenplatz war ein Ticke mehr als eine Stunde, Wahnsinn, Stimme, hebt noch ein bisschen wenigstens, wir können am Ende des Tages drauf gucken, auf eine Rückrunde, ähm, wo ist das, wo ist meine Tabelle hin, Junge, eben nochmal kurz auf die Tabelle, ähm, wir können auf eine Rückrunde, äh, Rückrunde drauf schauen, bei der wir Achter wurden, Achter wurden wir in der Rückrundentabelle, 23 Punkte geholt aus 17 Spielen, in der Rückrundentabelle haben wir einen Punkt weniger geholt, aus 17 Spielen wurden damit 10. Hinterhinterrundentabelle ergibt auch da rechnerisch 10, 8, ähm, durch 2 ergibt dann am Ende des Tages, den Tabellenstand, den wir jetzt haben, wir sind nämlich neunter Platz geworden, habe ich ja gerade schon gesagt, mit 45 Punkten aus 34 Spielen, 12 Siege, 9 Unschieden, 13 Niederlagen, ähm, haben noch eine Wahnsinnssaison gespielt, neunter Platz, ähm, sind natürlich auf Platz 16, den Köln nimmt mit 33 Punkten, ähm, haben wir 12 Punkte Vorsprung auf 16, ähm, auf 5, auf Bielefeld, also auf den, ne, ähm, 15. Platz, auf dem letzten Klassenerhaltsplatz quasi, haben wir auch 10 Punkte Vorsprung, hatten nie was mit dem Abstieg zu tun, sind näher dran an Euroleague, oder näher dran an Conferenceleague, ähm, da hat Union natürlich mit dem Sieg jetzt 5 Punkte mehr, vorm Spieltag war es nur 1 Punkt, nur 2 Punkte Unterschied, natürlich 5 Punkte mehr durch Niederlage und deren Sieg, ähm, ja, vor Freiburg durch ein Tor, wir haben quasi plus 1 im Torfeld, sie haben 0, ähm, und dann Wolfsburg, äh, Wolfsburg, Alter, Hoffenheim, man merkt schon langsam, ich lalle hier seit 55 Minuten, man merkt es langsam, ähm, Hoffenheim hat 43 Punkte, ist auf Platz 11, wir haben die Baden-Württemberg-Meisterschaft für uns gewonnen, Sensation-Saison gewesen, ähm, können nochmal in Heim- und Auswärtstabelle reingucken, wir haben in der Heimtabelle, ähm, sind wir 12. geworden, aus 17 Spielen 21 Punkte geholt, und in der Auswärtstabelle einen wahnsinnigen 5. Platz geholt, aus 17 Auswärtsspielen haben wir 24 Punkte geholt, also gar nicht so ein riesen Unterschied, nur 3 Punkte mehr, aber die 3 Punkte mehr machen, da hat es tatsächlich in der Auswärtstabelle Unterschied von 7 Plätzen positiv aus, also, ne, 12. Platz und 5. Platz, Heim- und Auswärtstabelle, Wahnsinn, Wahnsinn-Saison gespielt, ähm, wir können, ja, fröhlich meinen einen Punkt hier oben drauf rechnen, den ich mir irgendwie hier mitgeschrieben habe, also so, ja, keine Ahnung, hatte sich überlegt, ob es vielleicht irgendwas bringt, irgendwie was ändert am Ende des Tages, aber tut es natürlich nicht, ähm, wir hätten jetzt halt mit meiner Rechnung quasi einen Punkt mehr verdient, oder vielleicht zwei Punkte mehr verdient in der Saison, hätte aber auch nichts, zu nicht mehr gereicht, weil wir hätten sonst 46 oder 47 Punkte, Gladbach ist, ähm, ein Platz über uns mit 49 Punkten, damit auch da hält sich tabellarisch gar nichts geändert, wunderbare Saison, wunderschönes Ding gewesen, ähm, ich schließe das Ding hier natürlich noch ab jetzt hier, bevor wir auf die Stunde zugehen, ich will es unerschön erhalten, das wäre ganz cool, ähm, ja, Top-Saison gewesen, wunderbares Ding, ähm, gerne bei euch, gerne euch, äh, ja, schreibt gerne in die Kommentare rein, ähm, was ihr zu einzelnen Spielen vielleicht noch, ja, loswerden wollt, wenn ihr euch das Ding durchgehört habt überhaupt, keine Ahnung, wer das hier tut, ähm, aber das letztes Jahr, wie gesagt, gar nicht verkehrt anklamm, ich glaube auch der Podcast, der am meisten gehört wurde von mir auf Spotify halt, ne, kann man ja auch einsehen, ähm, da war das auf jeden Fall der, der am meisten angehört wurde, der Saisonrückblick, auch, obwohl der damals auch eine Stunde zehn lang war oder sowas, ähm, Sensation Saison, ein großes, großes Lob geht raus an alle Verantwortlichen, hätte ich im Leben nicht gedacht, nach der Aufstiegssaison, nach dem verkrüppelten Aufstieg, gerade so hoch gerettet als, als zweiter Platz, so eine Saison zu spielen, klar, wir haben es gemerkt, Mainz zum Beispiel auch, war, ähm, direkt das zweite Spiel mit 4 zu 1 Sieg, ne, du bist von Beginn an eine Euphoriewelle gelaufen, die nie krass abgestoppt wurde, alles kurz, die Phase mit dem Freiburg-Ding auswärts, dem Rückrundenstart, war ein Ticken schwieriger, diese Phase am Ende mit den vier Niederlagen am Stück, aber auch da ist es nie abgebrochen, weil die Erwartungshaltung klar war, trotzdem die Leistungen, im, ja, doch quasi fast immer gestimmt haben, also wir fällen jetzt nichts ein, wo die Leistung jetzt wirklich komplett, komplett bodenlos frech war, also davon gab es kein Spiel, natürlich letztes Spiel schade gegen Bielefeld, ne, versteht man auch, das andere ist 3-0, oder so höhere Niederlagen, aber da war nie eine richtig krass, bodenlos schlechte Leistung dabei, deswegen, wunderbare Saison, vielen Dank dafür, für die geile Saison, auch vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, bei Streams und so weiter und so fort, es kommt dieses Wochenende, der Stream-Highlight-Video aus den VfB-Streams, geile Saison gewesen, wir haben es jetzt hier in dem Podcast-Stil nochmal, komplett einmal durchgegangen, quasi einmal komplett nochmal, einen Rückblick drauf gemacht, und abgeschlossen in der Saison, mal gucken, was in der Saison abgeht, was alles an Transfers passiert und so weiter, der Podcast bleibt ja weiter, da kriegt ihr die aktuellen News an den Start, natürlich sind auch nächste Saison wieder dabei, rund um den VfB, bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen an euch, die sich hier bis zum Ende gekommen sind, Respekt geht raus, wir sehen uns, wir hören uns, bis zum nächsten Mal.